Hallo Leute, servus, hier ist wieder der Sascha von Petrol Heads. Wie angekündigt werde ich mich ab und zu hier melden und hier sind wir wieder. Diesmal in unseren Werkstatträumen, weil draußen ist es richtig kalt und es liegt Schnee. Da wollte ich auch dieses schöne Baby, was ich euch gerne zeigen möchte, nicht nach draußen holen, sondern wir machen es hier drin, es ist auch ein bisschen wärmer. Gebt mir aber auch die Gelegenheit euch zu sagen, dass ihr bei uns nicht nur coole Autos kaufen könnt oder euer Lieblingsauto, was ihr schon lange gesucht habt, finden lassen könnt oder über unsere Angebote von Vermietautos, Moviecars, Oldtimer und sowas für Fotoshootings, Filmaufnahmen, Conventions, Hochzeiten und sowas mieten könnt, könnt ihr natürlich auch zu uns in die Werkstatt kommen. Unsere Meisterwerkstatt ist für eure Klassiker da und kümmert sich um euer Fun-Car, egal worum es geht. Aber heute möchte ich euch dieses wunderschöne Baby zeigen, ein 65er Mustang Fastback in der schönen Coupé-Version. Ein ganz, ganz tolles Pony, was mit seinem 289er 4V-Motor 224 PS hat, also ein bisschen kräftiger als die meisten Autos, die quasi so auf dem Markt sind. Ja, Mustang ist ja eh so des deutschen liebstes Amica und dementsprechend ist auch der Markt extrem voll. Wir haben auch ganz, ganz viel schon gesucht und können euch einfach nur sagen, passt da ein bisschen auf. Da wird auch ganz viel Schrott angeboten und gerade Autos, die todrestauriert sind oder einfach wirklich keine gute Substanz mehr haben, im Bereich 15.000, 20.000 Euro gibt es da ganz, ganz viel, was nicht mehr so doll ist und auch nicht empfehlenswert ist. Hier haben wir ein Auto, wo keine großartige Arbeit mehr investiert werden muss. Es ist alles soweit gemacht. Das Auto hat die Zulassung fertig für Deutschland. Es ist alles immer gecheckt worden. Das Auto ist auch schon längere Zeit in Europa, wurde auch in Europa lackiert, deswegen auch eine gute Lackierqualität. Das Einzige, wenn man meckern möchte, ist, dass eben die Vorbesitzer die Scheibenrahmen beim Lackieren nicht rausgenommen haben, weil sie Angst hatten, hier die Zierleisten kaputt zu machen. Das ist, wenn man so möchte, ein kleiner Makel. Ansonsten ist das Auto wirklich in einem sehr, sehr schönen Zustand. Der Vorbesitzer war Mustang-Sammler und hat innen drin von einem Sattler ganz, ganz besonders und auch für sehr viel Geld das Ganze in rotem Leder machen lassen. Sieht richtig gut aus und hebt sich dadurch auch wieder von der Masse ab. Das Chrom blitzt und blinkt. Die Technik ist wunderbar. Das Auto springt immer sehr, sehr gut an. Läuft wunderbar. Das zeige ich euch auch gleich einmal. Und ja, wir haben hier wirklich ein Turnkey Car. Also kaufen, anmelden, einsteigen und losfahren ohne Sorge, ohne Probleme. Und ich zeige euch jetzt mal noch ein paar schöne Bilder von diesem wunderschönen Mustang. steht bei uns auf der Seite www.yourfuncar.de. Zum Verkauf. Verhandlungsbasis sind 49.500 Euro. Das ist ein fairer Preis für einen 65er Fastback. Und ja, schaut euch gerne die Bilder an, die jetzt kommen und auch die auf unserer Homepage. Und folgt uns auf all unseren Kanälen, um kein cooles Angebot zu verpassen. Schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr einen Klassiker habt, um den wir uns hier in der Werkstatt kümmern sollen. Oder wenn ihr einen speziellen Suchauftrag habt. Ich freue mich auf eure Aufträge und wir sind für euch da. Benzin im Kopf, welcome petrolheads. Bis zum nächsten Mal.